Ich bin der Fritz Kühnlenz, arbeite in der Hukoburg als Anwendungsentwickler und zeige euch jetzt mal meine Kollegen und auch meinen Arbeitsplatz. Mein Kollege, der Felix, zusätzlich auch noch ein Freund, den kann man auch, wenn man Lust hat, mal feiern gehen. Also es ist nicht immer alles so ernst, wenn man denkt, Versicherungen und alle rennen im Anzug rungen, alle siezen sich. Also es ist wirklich bei der Entwicklung gerade eine entspannende Atmosphäre, dass man wirklich mit dem Lachen reingeht. Schau mal mit her, wir stellen uns mal vor. Ich bin Nicole Hall. Mein Platz. Hier regiert die Freude. BVB. Aber es ist auch schwarz-gelb wie die Huk. Wir haben wirklich viele Anwendungsentwickler. Ich weiß gar nicht, 500. Ja, und halt auch wirklich ein breites Aufgabengebiet. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man nur Java programmiert, man hat auch andere Programmiersprachen. Das ist wirklich sehr vielfältig. Hier ist der Rolando, ist auch ein Java-Entwickler. Hier mein Kollege, der Frank. Sehr interessant. Hi. Von den Anwendungen ist es auch so, es geht immer mehr in das Mobile. Das heißt, dass die Kunden sich wirklich selbst verwalten wollen. 24-Stunden-Verfügbarkeit. Da du eine Anwendung entwickelst und da arbeiten jeden Tag mehrere tausend Leute damit. Das kann dir nicht jede Firma bieten. Und auch die Zugriffe. Wir haben Millionen Kunden auf verschiedensten Plattformen. Es gibt ja Webseiten, Inhouse-Anwendungen, dann Apps für Android, Apple. Also da ist alles dabei. Andere. Dann geht es los Christians B. Wir haben Bigger Zeug vor. hoping. Und wiricoin OV. Vielen Dank.